Bicarangst betreut seit über 15 Jahren institutionelle Investoren in der Strategieentwicklung und Umsetzung. Im Rahmen dieser Entwicklung hatten wir immer auch Kontakt zu der Universität oder zu der ETH. Und aufgrund von einem von so einem Kontakt haben wir die Open Metrics kennengelernt. Das ist ein Spin-Off aus der ETH, der eine sehr ernähntliche Philosophie wie wir vertreten im Bereich der Optimierung von Portfolios. Die Aufteilung ist insofern so, dass sich Open Metrics damit beschäftigt, Daten zu analysieren, mit diesen Daten auch Modelle zu entwickeln. Und wir auf unserer Seite ein Design machen von diesen Modellen und aufzeigen, was wir als Resultat erwarten. Im Bereich Max haben wir jetzt die Applikation freigeschalten. Die Investoren können ihre aktuelle Gewichtung der Anlageklassen definieren, aufzeigen. Da wird eine entsprechende Rendite und Risiko dargestellt und gleichzeitig berechnen wir auch eine optimale Lösung. Was wichtig ist, ist nachher, dass wir unsere Mitarbeiter, unsere Spezialisten kontaktieren. Die können dann sicher mithelfen, in den Details konkrete Lösungsvorschläge auszuarbeiten und auch Massnahmen zu bestimmen. Untertitelung des ZDF vor Ort. Die permet Vielen Dank.